In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit 5 einfachen Tipps Geld beim Online-Shopping sparen könnt. Die Tipps haben jetzt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch sind die irgendwie sortiert. Fangen wir mal mit Tipp Nummer 1 an. Cashback-Portale wie Shoop nutzen. Shoop ist ein Vermittler, der euch auf eine Seite von einem Shop führt, damit ihr dort einen Einkauf tätigt. Der Shop wiederum zahlt eine Provision an Shoop und einen Teil dieser Provision, den bekommt ihr eben als Auszahlung bei Shoop. Habe ich schon mehrfach gemacht, funktioniert auch super. Man bekommt ein Guthaben auf seinem Shoop-Konto und das kann man sich dann über verschiedene Wege, wie zum Beispiel eine Überweisung oder Paypal eben auszahlen lassen. Die Provisionen, die man erhält oder die Rabatte, die man erhält, sind sehr unterschiedlich, kommt ein bisschen auf die Branche an, wie hoch da also die Gewinnspannen sind. Ich habe zum Beispiel Autoreifen darüber gekauft, die Prozentzahl war zwar relativ klein, aber am Ende war es halt ein hoher Nominalerbetrag. Shoop kann man auch einfach nutzen, um zum Beispiel Reisen zu buchen. Einige Reiseportale sind daran angebunden oder auch Fluglinien sind daran angebunden, das heißt da hat man ja größere Beträge und da macht es dann auch richtig was aus. Wenn ihr Shoop nutzt, achtet darauf, dass kein Adblocker oder etwas ähnliches aktiv ist, damit die Tracking-Cookies eben nicht geblockt werden können, damit der Shop, bei dem ihr einkauft, dann auch weiß, dass ihr von Shoop kommt. Mein Tipp Nummer zwei, nutzt Deal-Blocks wie MeinDeal oder MyDeals. Die haben den Vorteil, dass man da den einen oder anderen Tipp erhält, den man bei normalen Preissuchmaschinen nicht erhält. Zum Beispiel gibt es da einige Tipps, was die Otto-Shops angeht, also zu denen gehört auch Bauer zum Beispiel. Da kann man Rabattaktionen dann kombinieren über die Shops hinaus oder Artikel bestellen, die es bei dem Shop eigentlich nicht gibt. Aber wenn man die Bestellnummer hat von dem einen Shop, kann man die bei dem anderen eingeben. Also ganz wildes Zeug, aber auf jeden Fall kann man da über die Suche einfach das Produkt suchen, das man kaufen möchte. Und man findet dann ziemlich schnell, ob es dafür gerade einen Deal gibt oder einen Tipp vielleicht gibt für den Shop, in dem man bestellen möchte, um da noch ein bisschen den Preis zu drücken. Wenn man dort nichts findet, gibt es auch immer noch eine Community-Funktion, in der man einfach mal nachfragen kann, ob es vielleicht nicht doch den einen oder anderen Tipp noch gibt, wie man da Geld sparen kann. Tipp Nummer 3, den kennt ihr bestimmt schon, einfach Gutscheine googeln. Es gibt viele Shops, die haben einfach permanent immer irgendwie einen 10%-Gutschein aktiv. Da googelt man einfach nach Voucher und dem Shop-Namen und eventuell wird man da fündig, dass man eben einen Gutschein findet, der noch aktiv ist, den man bei seiner Bestellung eingeben kann, um da auch wieder ein paar Prozent zu sparen. Der Tipp Nummer 4, den Geizhals-Preisalarm nutzen. Ist eure Anschaffung nicht eilig, dann könnt ihr einfach auf Geizhals einen Preisalarm setzen und einfach warten, bis der Preis auf ein Level fällt, bei dem ihr dann eben zuschlagen könnt. Der Vorteil bei dem Geizhals-Preisalarm ist natürlich, dass das jetzt nicht nur einen Shop betrifft, sondern dass das Shop übergreifend quasi die Preise überwacht. Und wenn einer der Shops seinen Preis gesenkt hat, dann bekommt ihr auch den Alarm entsprechend. Hin und wieder sind auch bei Geizhals-Gutscheine dabei, eventuell sind die dann schon eingerechnet und ihr könnt also quasi den einen Tipp mit dem Voucher googeln, schon mal mit dem hier kombinieren, nämlich diesen Preisalarm setzen, wenn Geizhals eben entsprechend auch die Gutscheine gelistet hat. Tipp Nummer 5 sind die Neukundenrabatte. Manche Shops werben aggressiv mit ihren Mitgliederprogrammen, dass man da sich anmelden soll und dann bekommt man einmalig am Anfang als Neukunde nochmal einen saftigen Rabatt. Zum Beispiel H&M hat das die ganze Zeit gemacht mit 10% Neukundenrabatt. Und klar, mein Hamster und meine Katze, die werden auch keine Neukunde bei denen. Manchmal ist nur eine E-Mail notwendig oder vielleicht eine Telefonnummer und schon ist man Neukunde. Dank DSKVO kann man natürlich auch die Neukundenkonten regelmäßig wieder löschen, relativ unkompliziert, oder die Apps deinstallieren, die dafür notwendig waren und jedes Mal wieder den Neukundenrabatt absahnen. Damit wären wir auch jetzt schon am Ende und das wäre jetzt mein Anti-Tipp, nämlich die Treueprogramme. Die Treueprogramme haben in der Regel, ich verallgemeine jetzt mal, sehr wenig Rabatte für euch. Oft sind die Programme intransparent gestaltet, sodass man quasi so eine Art Punktesystem hat, aber die nicht 1 zu 1 in Euros umrechnen kann. Man also jetzt nicht direkt sehen kann, was man eigentlich spart mit so einem Treueprogramm. Ein typisches Beispiel dafür ist Payback, die halt diese Payback-Punkte vergeben. Und wenn ihr euch das mal ernsthaft ausrechnen würdet, wie viel Prozent Rabatt so ein Treueprogramm am Ende ergibt, ist das den ganzen Aufwand nicht wert. Naja, was meine ich mit Aufwand? Ihr müsst ja zum Beispiel ein Newsletter empfangen oder das Geld abheben. Zusätzlich gebt ihr natürlich noch eure Daten an diesen Anbieter ab oder an den Shop ab, bei dem ihr halt Mitglied seid. Ihr müsst irgendwie 20 Karten im Geldbeutel mit rumtragen. Und wenn ihr euch mal die Konditionen anguckt, sind die super schlecht. Also diese Log-Rabatte für Neukunden, die sind top, 10% oder so ist ja schon was, aber die kriegt ihr halt nie wieder, wenn ihr in so einem Programm drin seid. Vielleicht kennt ihr ja ein Treueprogramm, wo es anders ist, dann könnt ihr mir das mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber meine Erfahrung ist eher so, wenn man einmal da in so einem Treueprogramm drin hängt, dann sind die Rabatte eigentlich lächerlich und vernachlässigbar und die würden auch keinen mehr in dem Ofen hervorholen. Aber durch diese Intransparenz mit den Punktesystemen werden die scheinbar immer noch angenommen. Und das ist ja schon, wenn man da in so einem Treueprogramm drin hängt,